Hola, was geht, was geht, was geht. Neues Video, TeeLo, Beat, X, wie auch immer, Lexika, All Eyes On Me. Ich bin echt gespannt, was wir da zu hören bekommen. Einen kleinen Teil habe ich davon schon gehört, ist was anderes als seine anderen Songs, mehr als er auf Rock angelehnt. Aber ich kenne halt das Video nicht, ich kenne den vollen Song nicht. Also, mal gucken, ob er, ob TeeLo auch Rock kann. Keine Ahnung, was das mit der Maske auf sich hat, aber die ist schon ein bisschen creepy. Wow, erstens, alter, geile Stimme, aber auch sein Flow zu diesem Rock mäßigen Wild. Geil. Juhu. Juhu. Also, äh, a, fake love, dass er keine regrett. Ja, wie eigentlich, take drugs, sittet sil depend. OLA'S ON ME, ich drück nächtelang, geen Auge zu. Wenn die Department sprechen zu mir im Schlaf. Let me bleed, hab ihr Einderssieh nicht ausgesucht. Ich hör sie schreien, aber ist keiner da. OLA'S ON ME, ich drück nächtelang, kein Auge zu. Ich hör sie schrei, ei, ei. Alter, was ist denn das? Wild! Also, ich denke, man weiß, oder man merkt so langsam, dass ich in Einrichtungen jeglicher Musik irgendwo irgendwas mag, ob es bei Rock ist, ob es bei EDM, Rap, was auch immer. Aber das Ding ist eine ganz andere... Das Ding ist geil. Ich meine, seine Stimme ist geil. Der... Dieser Rockbeat ist Hammer. Also, ich finde Rock einfach so geil, einfach wegen den Gitarren... Das richtige Schlagzeug, so richtig dieses echte Feeling, das liebe ich einfach an Rock so. Und dieses Durchdrehen. Alter, wilde Scheiße. Puh, okay. Jetzt mal mal gucken, was Thilo zieht. Halleluja. Also, Lexika... Huh. Huh. Warte, 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 warte. Das war scheiße gepausiert von mir, glaube ich. Aber Lecomio, das müssen wir jetzt hören. Was ist das denn für eine geile Idee? Hä? Das ist so geil gemacht. Er wiederhol... Thilo wiederholt es einfach, bloß als leises Echo. 10 von 10. Ich bin auf den Pillen, die dein Opa so vermisst, ey. Du bist eine Klinge, all die Rapper sind nur shit, ey. Komm mal, meine Fieber, mein Herr schwiegert verrückt, ey. Ich muss wieder ballern, weil mein Kopf gerade drückt, ja. Es ist ein echter Junk, doch ist so bekannt, ja. Du gibst mir einmal die Hand und ich flippe aus, ich will einfach raus, ja. Raus aus diesem Loch, raus aus meinem Kopf, ja. Ich war mir versennig, und vielleicht geh ich euch noch, ja. Hä? Hä? Also... Ey, das ist mein absolutes Lieblingslied jetzt, ne? Von Thilo und auf jeden Fall von Lexica. Ich meine, es ist das Lied von Lexica, aber... Hä? What the fuck, Alter? Wie nimmt er denn den Beat auseinander mit seiner Stimme und mit dem Flow? Das ist so ein geiler Song. Geil, Alter. Geil, diese schreiende Thilo-Stimme im Hintergrund als... Als Kombo mit seinem normalen Widerprobe. Kein Problem, die Biss gibt, top, ja, ja, ja. Müssen wir normal, Alter. Tut mir leid, aber müssen wir normal, Alter. Geht nicht anders. Hält's Maul, Alter. Cut. Ja, ja. Kein Problem, die Biss gibt, top, ja, ja. Oh, leiser, 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 kein Auto zu. Denn die Immort sprechen, zu mir im Schlaf. Let me play, jetzt hab mir all das hier nicht ausgesucht. Ich lass mich rein, aber ist keiner da. Oh, leiser, nee, ich drück' nächste lang deinen Augen zu. Ich stell's die Schreie an. Let me play, jetzt hab mir all das hier nicht ausgesucht. Sag mir, wann ist es vorbei, sag mir, wann ist es vorbei? also ja song zehn von zehn was soll ich dazu sein junge das ist ja richtig geil Tilo auf so ein rockbeat ist ja banger lexika auch noch dazu irgendwas willst du falsch machen also das video auch irgendwie geil finde ich das hat was das einzige was mir wobei wo ich jetzt eine frage habe ist was das mit den masken aussieht mit dieser hasenmaske und die andere maske ich weiß nicht ob das ein volt war oder so aber die masken keine ahnung was das damit zu tun hat aber leck oh mio was das denn das werde ich mir gleich so in das spotify ding ins reinhauen heck mich fett also ich muss ehrlich sagen der rock Tilo ist bis jetzt so der der mich ein bisschen mehr überzeugt als sein wie nennt man das ist ja gar das ist ja nicht richtige deutschweb sondern ist ja mehr trap mäßig sowas aber ich finde den rock schon ein bisschen geiler muss ich ehrlich sagen aber trotzdem geiles teil bin sehr gespannt was da noch auf uns zukommt ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag vielen dank für zuschauen und er wird wieder zum nächsten mal doch